So, ich bin jetzt hier mit die Jungs, mit Nico und René. Wir sind wieder in der Stadt, wir holen uns jetzt was zu trinken und da gehen wir um den Chef. Wasser ist immer wieder gesund, deswegen haben wir hier Wasser genommen. Alle drei. Was ist dein Problem? Das muss alles hier rein. Weil er hat kein Portemonnaie. Ich weiß nicht, wie alt bist du, Nico? Puffts. Du hast immer noch kein Portemonnaie. Overrated. Overrated as fuck in my opinion. So Leute, wir machen jetzt Pics von Nico. Pottelflip. Oder hier. Ja, Pics? So. Ne, hier, hier. Das vordere, vordere noch einmal fest. Mach Bild von mir, mach Bild von mir jetzt, mach Bild. Was geht heute Abend noch? Ein paar Chicks, ein paar Chicks und so. Ach. Ein paar Chicks, ein paar Chicks und so. Oh mein Gott, Bro, spring doch einfach da rüber, Digger. Lass mich. Lass mich. Digger, willst du mich verhassen? Oh, Herr. Du machen das, echte Gangster. Servus. Eilig einfach nur Servus. Hahahaha. Hahahaha. Du würdest was sagen. So Leute, wir sind jetzt hier. Ähm, wir haben uns Nudeln geholt. Und wir setzen uns jetzt irgendwie welche, welche Behinderten. Und wir reden gerade über Sachen, die ihr nicht wissen sollt, aber, ja. Aber würde er machen. Was? Jo, was geht Leute, ich bin hier mit Zadak. Ähm, und wir gehen jetzt Kino. Aber, ihr wisst schon, schmuggeln mal schmuggeln ist immer dabei. Deswegen, ich hoffe, wir schaffen das mit der Schmuggelsache, ne. Weil sonst, wir fucked up. For real. Jo, warte. Wir sind im Dreck, aber. Wir schreien. Wir haben jetzt geschluckt. Pfff. Wir haben einen Herzabfall gekriegt, ne. Es war wirklich schlimm, alle. Wir haben fast reingeschissen. Ja, aber wir haben gekriegt. Nein, aber ich schätze. So Leute, wir gehen jetzt, äh, uns zu Dön abballern. Ey, weißt du, wer das war? Was war das? So Leute, auf an sich, Burger sieht perfektionell aus. Zeig mal her. Sieht ganz schön gut aus. Ja, aber wie gesagt. Scheiß drauf. Ich weiß, wie das ist. Pofffeed. Pofffeed. Wir haben jetzt Burger auch noch. Pofffeed. Wie ihr seht. Leute, ich und die Garten eh kennen, ob ich das nicht sagen will. Ja, aber das geht nicht mehr auf. Sagt uns, wer am besten Cheese reinballern kann, okay? Bro. Hm, got it. Ich und Nico, wir haben das Ding jetzt geballert. Gönnt euch das Ergebnis. Wow. So Leute, jetzt sind wir hier am Spiel schauen. City gegen Inter Mailand. Ich denke, dass, äh, wie heißt das? City gewinnt. Aber Nico, der Bastard, der denkt, dass, äh, Mailand gewinnt. Was hast du gesagt? 2-1 Inter Mailand. Oh mein Gott. Peter, machen sie jetzt 1-0. Oh mein Gott. Nee. Shit, ist der City's shitty. Hör auf jetzt zu filmen. Nur weil die Bayern auseinandergenommen haben. Nur weil die Bayern auseinandergenommen haben. Nur weil die Bayern auseinandergenommen haben. Warte, warte, warte. Die Jungs da unten. Ist dem zu warm. Und, äh, wir haben ein Fenster geöffnet. Wir haben alles gemacht. Da ist immer noch warm. Dann geh ich jetzt runter. Im Keller. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das ist Horror jetzt. Okay. Na. 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 Das ist nicht wert, oder? Das ist nicht wert, oder? Das ist nicht wert, oder? Oh mein Gott. Nein, Schuss. Oh mein Gott. Ein paar Sekunden später. Schau doch mal an. Nicht mal ein echter Mann. Oh. Er macht zuhle TikToks. Und City macht jetzt gleich das Eis. Du! Wuh! Rodrigo hat's getroffen! Ahhhhhhhhhhhhhh! Blogafrechen! Ich sache anders zu flame auf etwasperinges. Ja na, 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 na!